ja da können die restlichen noch arbeiten wir bräuchten jetzt als nächstes dann auch noch ein häuschen für den schneider für den koch für den steinmalz wobei der koch den könnten wir doch nicht hat drücken keinen platz in der küche wir könnten ihm doch da einfach in eine hübsche küche hinbauen danke farming danke mama und sohn und ja die gerüchte die man überall um die ohren kaufen gehört ein goblinko gestoßtrupp da ist er jetzt endlich genau so nachdem wir nicht nacht haben kaum eigentlich die schaffte so ist aber schön wie sie sich hinterm baum verstecken da sieht sie das und weil es so schön war herzlichen dank ja fieber hat fußsoldat level 2 erreicht ja ich streame heute trotzdem oder gerade deswegen sucht es euch aus achtung achtung wer 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 will da gerade sterben ja fieber ok macht sind fertig sehr gut knapp aber doch kralle hat fußsoldat level 4 erreicht das heißt theoretisch könnte ich ihn jetzt schon ummodeln ja fieber ist level 2 ein händler was hättest du gerne fünf haken gibst mir wieder nur einen plüschhasen danke nein die plüschhasen brauche ich mir selber doch dazu habe ich heute gemütlich gemacht ich habe nur den computer aufgesetzt weil ich mir die ssd geschenkt habe so moment das müsste jetzt schon gehen ja jetzt hätten wir es so dann können wir jetzt hier mal bauen genau dann ist es tief genug und es passt so farming hat steinmetz level 3 erreicht sehr gut das heißt aber auch jetzt müsste doch endlich mal ne der hat es noch immer nicht gebaut wieso unser koch kocht auf jeden fall brav ach mama heute sind alle ein klein also außer meiner chefin wo ich mir heute gedacht habe okay nach alles gute zum geburtstag hätte sie aufhören können die nächste melode danach hätte sie sich sparen können aber okay ja und der arme sascha der heute extra statt mir arbeiten war ja ja also ihr braucht es eigentlich nicht mehr da stehen ihr könnt jetzt wieder weg da so macht es wieder was sinnvolles das lager gibt es ja immer noch hat der nachschub kriegt das ist ja was dann räumen wir die jetzt aus kommt jetzt mal hierher machen wir den einfach mal platt ja fieber ist eh wieder geheilt worden durch keks und nachher kann man kralle im bogen geben ich habe mir eine 500 gigabyte ssd geschenkt mal schauen ich meine stronhof muss ich ehrlich zugeben habe ich nicht auf die ssd gespielt schalala schalala p so ich bin jetzt tipee oder 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 moment und warum kannst du nicht auf die anderen warten ja fieber zurück geh zurück na super gut ja fieber müsste es wahrscheinlich gleich retten ja keks heile keks heile keks wieso hast du heile keks wieso heilt ja nicht das einzige interessante ist dass er jetzt bei kralle steht statt dass ein keks angreift der tut gerade irgendwie nichts das ist unser einziger vorteil allerdings müsste es schon langsam echt kommen und den retten schon sterben die zwei die sind auf halbleben quasi die keks hat level 5 erreicht ah da hinten ist noch einer ok egal macht es das fertig den könnt ihr euch jetzt auch noch schnappen kommt sie retten oder nicht die sind noch ewig weg den häuptling haben wir gesiegt da kommen sie schauen wir dann gleich was die wollen ja einschau arbeitsverweigerung geht nein er hat er hat ja nicht wirklich arbeitsverweigert er hat ja zugecoacht statt zu heilen so jetzt werden die zwei abgeschleppt im wahrsten sinne des wortes müsste reichen die haben noch genug leben obwohl bei dem einen da ist schon knapp ja und keksen plupp vergnügen sich da wieder ja genau du machst was aber nicht weißt du und du bist der heiler wie soll denn das gehen keks wenn du nicht heilst also das muss man mal erklären so das da kann man noch zerstören das schaf würde ich gerne kann man das vielleicht so fluffig ja so alles einsammeln was da rum liegt das gehört jetzt mir genau alles einsammeln ist jetzt alles meins so oh es tut weh sage meinen schafen dass ich sie für immer liebe ja ja so wo sind die zwei retter die kommen da gerade erst oder ja da hinten kommen sie tu nicht gewinnen ogo kommen wahrsager sagen ogo zermalmen alle ja wir brauchen startwert das heißt wir müssen was bauen so da kommen die zwei schwer verletzten also wenn ich mir das leben so anschaue sind die wirklich schwer verletzt in dem zustand jetzt kann kekse auch gar nicht heilen als wären sie in ihre betten gebracht und das finde ich ist richtig süß gemacht das gibt es ja auch noch nicht so lange am anfang konnte man so immer wunderbar sein ganzes dorf ausrotten seit heute bin ich tank ach so keks du willst einen anderen job ja der andere ist farmer level 2 so und jetzt liegen sie da ähm ihr hättet das aber also du 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 hättest das schon farming hättest den schon netter hinlegen können ja fieber und kralle so jetzt muss der kräuterarzt kommen ach die bringen ihnen was zum essen oder essen sie jetzt einfach zu weinen ach so ok na das ist wieder mal toll die dürfen mitriechen kriegen aber nichts ab ganz nett von euch jungs wo ist mein kräuterarzt wer von euch ist mein kräuterarzt ach der keks geht heilen das ist auch ok dann geh du die beiden heilen keks braves keks siehst du erst kann man schimpfen mit dem und jetzt geh da hin und heil dich ist bei dir der hintergrund so laut shari ja jetzt geht es ihnen beiden schon besser so wie schaut es da aus den raum haben sie gebaut ähm koch level 1 sehr gut so dann hoffen wir mal dass da auch medaille irgendwann finden oder zumindest stein holz haben wir jetzt ein bisschen auf vorrat aber stein nicht wenn der koch level 1 hat dann kann er auch jetzt mehr kochen genau er kann ich jetzt zum beispiel herzhaften fleisch einen topf das ist ja was für keks schau mal ins ts ach schau mal ins ts ja ok warum soll ich ins ts schauen und was sehe ich da da sehe ich nichts und 10 omelette so jetzt haben wir das oben auch verkehrt gemacht genau genau das erkennt man gleich an den ob da ne blödschön hätte eh gepasst sehen so dein mann guckt game of thrones ok ja ja das war heute auch schon Thema im ts ich möchte jetzt eine schöne küche hin haben und zwar nein nicht so wie bei uns selbst und zwar möchte ich da den boden haben machen wir es und da hätten wir dann den essbereich da können wir noch die küche dran machen da den schlafbereich für den koch und ja wir können immer noch keinen wir können es nicht auffüllen mit mit gras wir könnten aber hier dann quasi so einen gepflasterten weg machen und einen gastgarten machen also warte mal die darf ich aber nicht jetzt machen sonst gehen die wände da auch nicht erst mal das hier da möchte ich ja holz wände haben mit sowas da aha warum macht ihr mir die jetzt darauf nicht weil es nicht als boden erkennt ok machen wir mal weg das ging doch früher muss ich jetzt wirklich mit denen hier warte mal moment schauen wir gleich so einmal so einmal so und dann machen wir einmal weiße wände und dann möchte ich diese zwischenwände noch machen hey wake up um ok dann schauen wir mal 3 2 1 los also wenn das jetzt übersteuert hat nicht wundern das waren jetzt gerade also lesen wir es mal vor ich hoffe ich habe jetzt keinen vergessen und alle in einem Raum ja, okay aber jetzt wollen wir wieder hübsch machen ja, jetzt haben wir die gelöscht wieso geht das, okay einfach alle, so ja lol ich meine ich weiß ja warum ich mich extra gebutet hatte so ist es ja nicht sie haben ja vorhin schon versucht Marzahn zu stiften so da kann man dann eine Türe rein machen natürlich nicht symmetrisch das gleiche möchte ich dann da hinten auch noch eine Wand ah, wieder vergessen wieder eine Wand shift drücken sonst geht es nicht die Verbindung genau eine Türe die wollen wir da rein machen so das Haus selber kriegt die Türe hier her ja und das reicht da haben wir dann eine Stufe oh, okay ist egal überleben wir und ja, dann brauchen wir die Türe nicht da das schaut dann doof aus dann nehmen wir die da nochmal weg weg machen wir lieber Fenster rein und zwar nehmen wir die schönen Fenster die bordern wir eh nicht in diese Standardhäuschen an die wäre es mit da und da und da und da warte mal man kann die Fenster jetzt mittlerweile auch verschieben da sind aber zu viele so viele schöne haben wir ja gar nicht zwei, vier, sechs, acht, neun oh, da muss er noch ein paar Fenster machen bis er so viele schöne hat ist egal kriegen sie das halt nach und nach okay das Fenster verschieben wir wieder nein und da gab es ja früher auch viel mehr Probleme beim Bauen das geht jetzt alles ohne Probleme so, da hinten äh ich wollte nicht auf Röntgen schalten, danke okay und da bauen wir es so einmal da und da machen wir so und so ähm das passt nicht, da ist genau die Mauer da verschieben wir das doch mal um eins rüber so ich denke wir können wir besser hm nein ein entschiedenes, naja dann machen wir es doch lieber so dann ist zumindest innen passend genau so oben drauf natürlich noch ein Dach ich bin leise hoffentlich nicht hi hi kya kya, du bist zu spät ja kya, du hast was verpasst ach so, es geht nicht, weil ich die Wände schon gemacht habe ah, machen wir es händisch dann machen wir es händisch ja, wir alle taub, ja das glaube ich auch aber dafür kann ich nichts das war kya meinte, ich soll mich mal entmuten herzlich willkommen, Gini äh, ja die Tortenschlacht findet bitte im TS statt einfach, ähm ich glaube, Buchzeichen TS eingeben ähm Ziel bitte bevorzugtes Ziel ist Plup ähm, zweites Ziel könnt ihr bitte PC nehmen der ja heute unbedingt zum Arzt musste ich weiß gar nicht warum Kuchen passt leider nicht durch die Leitung haha nein, Kuchen passt nicht durch die Leitung herzlichen Dank so, machen wir es eines überstehend, genau und doch, ich mache es zwei machen wir es so der Nachteil ist, wenn man es selber macht, das Dach ich kann es nachher nicht einfach ausblenden das war eins zu breit, das müssen wir noch löschen so 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 A-A-A-Lis-U-U-T-O-T Danke, Advin Danke, Advin beim Vorlesen hat es leichter, wenn es nicht ganz so viele A drinnen sind aber dafür finde ich es praktisch, dass es vorlässt kann man wenigstens nichts übersehen auch wenn die Stimme immer wieder recht lustig klingt da sind wir das war passend gut so ich habe übrigens immer noch die Geschwindigkeit abgedreht da fehlt noch was ja, finde ich okay, schöne Küche okay so achso ja man soll es auch abbauen bauen ja, lass ich arbeiten ja, 18 schöne Holzholsterrahmen brauchen wir na, viel Spaß so, was war jetzt da wir haben Eindringlinge genau das deswegen haben wir Pause gehabt ach, oh gut ja, mhm hallo, kleiner lost the routing hallo, kleiner